Hast du schon einmal das Wort Mitochondrien gehört? Kommt dir da vielleicht ein neues Computerspiel in den Sinn oder eine Feriendestination im Pazifik? Ich werde dir jetzt erklären, warum Mitochondrien für deinen Körper und deine Gesundheit so wichtig sind. Was sind Mitochondrien? Es sind die Kraftwerke in unseren Zellen. Nun schauen wir uns mal eine Zelle an. Hier haben wir einen Zellkern. Da drin ist die DNA, die unser Leben steuert. Und in einer Zelle drin hat es viele Mitochondrien. Hier ist ein Beispiel gezeichnet. Die Mitochondrien sind sehr klein. Eine banale Zelle wie eine Hautzelle hat etwa 2000 Mitochondrien. Also in Wahrheit sind sie so klein wie diese Punkte hier. Kannst du dir vorstellen, dass wir auf ein Blattpapier ein Gramm Mitochondrien hinlegen? Das wären Milliarden. Aber in diesem Gramm Mitochondrien hat es 10'000 Mal mehr Energie als in einem Gramm Sonnenmaterial. Diese Mitochondrien sind das Leben. Ohne Mitochondrien hast du keine Energie und dein Leben ist krank und beschädigt. Schau dir mal so ein Mitochondrium genauer an. Es ist winzig klein, aber da drin im Inneren des Mitochondriums befindet sich der ganze Stoffwechsel. Was da drin sich abspielt, ist komplizierter als die ganze Produktionsanlage einer chemischen Industrie. Es ist so wichtig, diesen Mitochondrien Sorge zu tragen. In einer Leberzelle hast du 6'000 Herz- und Hirnzellen enthalten 10'000 Mitochondrien. Eine menschliche Eizelle sogar 100'000. Und interessanterweise, die Spermien haben nur wenige, zwei oder drei. Also alle Mitochondrien sind von deiner Mutter. Und es ist so wichtig, diesen Mitochondrien Sorge zu tragen. Wenn wir sie beschädigen, und das geschieht dann, wenn wir uns nicht gut ernähren, wenn wir die Mikronährstoffe nicht zu uns nehmen, die es braucht. Also in diesen Mitochondrien drin wird die Energie hergestellt für deinen ganzen Körper. Ohne die Mikronährstoffe kann dieses Mitochondrium nicht richtig arbeiten. Also wenn wir uns richtig gesund ernähren, dann entsteht da drin Energie, Abfallstoff ist Wasser und CO2. Das wird beim Ausatmen abgestossen. Nun, wenn diese Mitochondrien länger Zeit beschädigt sind, oder krank sind, oder unterernährt sind, dann entstehen Krankheiten. Die DNA in den Mitochondrien drin wird beschädigt, die ganze Zelle wird beschädigt, es entstehen Krankheiten, es kann Tod daraus folgen, es kann ein Tumor daraus werden und der ganze Alterungsprozess beschleunigt sich. Es ist so was von wichtig, dass wir unseren Mitochondrien gut schauen. Und ich zeige dir in diesem Video, wie wir beschädigte Mitochondrien wiederherstellen können.